Was gibt es Besseres, als wenn ein Päckchen nach dem Reiten zu Hause auf dich wartet? Ich hatte heute mal wieder die glorreiche Idee, im Regen zu reiten. Dabei konnten wir aber unsere neue Regendecke endlich mal einweihen. Den Anfang hat heute Tino gemacht. Für den stand heute Stangengymnastik auf dem Plan. Dafür habe ich ihm zwei Stangen hingelegt mit einem Abstand von 18 Meter. Die können somit normal auf fünf, rückwärts auf sechs oder nach vorne auf vier Galoppsprünge geritten werden. Tino macht das schon ganz gut, auch wenn er eigentlich bei der Stangenarbeit immer etwas hektisch ist. Aber auch fünf Galoppsprünge auf normal sind für ihn überhaupt kein Problem. Als nächstes war auch schon Mary an der Reihe. Für sie gab es heute aber nur normales Training. Und ich bin so stolz auf die Maus. Man sieht bei ihr jeden Tag wirklich enorme Fortschritte. Ich kann mich jetzt auch wieder gut hinsetzen und vorne einfach mal loslassen, ohne dass sie unter mir wegschießt. Und als ich nach Hause gekommen bin, musste natürlich erstmal das Paket ausgepackt werden. Ich habe mir vier Reithosen und zwei Shirts bestellt. Und diesmal wirklich alle mit Handytasche, da ich mein Handy ja quasi immer bei mir brauche. Aber mein absoluter Favorit ist diese Winterreithose. Ich bin jetzt schon absolut schockverliebt. Und wenn ihr mehr sehen wollt, dann folgt uns doch einfach.